So ihr lieben Freizeitpark-Freaks, wir sind auf dem Heidepark Express und werden uns jetzt den Heidepark mal in jeder Ecke etwas näher angucken und hier mal ein paar Eindrücke aus dem Heidepark Express. Geht's haben wir noch der Kall? Juhu! So, jetzt geht's in den Gleis, jetzt geht's ins Gleis neun Dreiviertel. Na, verborst! So, jetzt geht's Gleis! Wolltest du das auch mal machen? Bewerb dich doch mal, ist doch geil. Du sitzt den ganzen Tag hier drauf. So, wir kommen in der Station an. Hier können Leute dann zusteigen oder aussteigen oder nicht mitsteigen oder stehen bleiben oder sitzen bleiben oder essen bleiben oder ja. Der Park der Trumpf momentan mit Holiday Camp. Gerade im Sommer auch interessant in einer Hütte zu schlafen mit sechs Leuten. Da hat man All-Inclusive-Pakete, die man hier sehr schön sehen kann. So, jetzt bleiben wir ein paar Sekunden hier stehen. Dann können Leute zu, aussteigen, sitzen bleiben, wechseln, etc. So, jetzt kommt der Rappi-P. Ich glaube, hier bewerbe ich mich. Für die Böhmel-Express hier. Das ist gut, oder? Nächste Haltestelle. Kannst du das mal machen? Ja, mach mal. Ja. Aber wenigstens Nostalgie lebe ich noch. Das ist gut. Könnte, Jupp. Hier sind zwei. Wann? Ja, ich bin nur angenehm. Jetzt. Ich glaube, sie sind zwei. Oder auch mal. Nur mal. Ich bin nur mir davonない. Oder mir bin ja ganz klar. Ich bin nur von, ich bin nur von der Milch in der Milch. Aber es wird irgendwann mal so langweilig. Es wird immer mehr so langweilig. Aber ich bin nur von der Milch in die Milch. Ich bin nur von der Milch in beiden Kilometer. Es wird dann so langweilig. Das ist alles in der Milch. Es wird eine Milch. Ich bin nur einer. Da muss ich unter den Milch. Vielen Dank. Vielen Dank.